Hey Jungs, wir gratulieren nochmal. Wirklich viel haben uns vorgenommen vor dem Spiel. Die ersten 10 Minuten, wie gesagt, Mühe hatte. Nach 90 Minuten dominiert. Hut ab von der Leistung. Es sind noch vier Spiele und es sind noch 12.5. Wir sind immer noch im Rennen. Gehen wir nach Hause, schönes Wochenende und nochmal Gratulation. Ja, schönes Wochenende.